405, das ist Quartkornet mit Natalie Scheuer im Sattelsee startet für den Reit- und Fahrverein Freilich. Hans Brand, Hans Brand, weiter! Hans Brand, Hans Brand, mein Herz, ich kann immer, ich zitter, Daniel, Hans Brand, lang draußen bleiben. Ich bin Jürgen, ich bin Jürgen. Ich bin Jürgen, ich bin Jürgen, ich bin Jürgen.